Hallo lieber Goldsucher, diese Ausgabe ist für diejenigen interessant, die heute ein paar tausend Euro mehr investieren wollen, um sich später einen neuen Porsche zu kaufen. Ich werde Ihnen von der Matrix erzählen. Matrix ist ein Juwel des Kryptoraums mit unvorstellbarem Potenzial. Ein chinesisches Projekt brachte eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammen und beschäftigte mit der Frage, wie man große Blockchain-Probleme mit Hilfe von KI-Technologie lösen kann. Programmierbarrieren, Sicherheitslücken, mangelnde Flexibilität, nutzloses Mining und niedrige Geschwindigkeiten werden dank Matrix der Vergangenheit angehören. Matrix etabliert sich als wichtiger Akteur nicht nur im Kryptobereich, sondern auch im politischen Raum. Die Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung könnte einen starken Impuls geben, um die Wirkung des Projekts in naher Zukunft zu steigern. Das von Professor Deng geleitete Entwicklungsteam hat viele internationale Wettbewerbe gegen Ingenieure von Microsoft, Google und Facebook gewonnen. Künstliche Intelligenz ist die Zukunft. Und Matrix ist in diesem Bereich weit voraus. Der bequemste Weg Matrix zu kaufen, ist an den Börsen KuCoin und Gate.io zu kaufen. Das MAN-Token ist das wichtigste Matrix-Token. Im Matrix-AI-Network werden MAN-Tokens zur Belohnung, Bezahlung und Authentifizierung digitaler Vermögenswerte verwendet. Meine Transaktionsvalidierer und Mitglieder des Matrix-Ökosystems MAN-Token als Belohnung zu verdienen. Im Matrix-AI-Network wird alles von der Anmietung redundanter Rechenleistung bis zum Kauf von Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in MANs bezahlt. Der Prozess der Umwandlung von Rechenleistung, algorithmischen Modellen, Kunstwerken in digitale Vermögenswerte beinhaltet die Verbrennung der erforderlichen Menge an MAN bei der Produktion von NFT. Matrix-Münzen können abgebaut werden. Erstellen Sie Ihr Wallet auf www.wallet.matrix.io und gehen Sie zum Co-Mining über. Nehmen Sie an einem Mining-Pool teil und erhalten Sie eine jährliche Dividende von 15%. Hier ist eine kurze Übersicht, wie Sie bei MAN bieten können. Als erstes erstellen Sie eine Geldbörse auf www.wallet.matrix.io. Kaufen Sie MAN an einer der unterstützten Börsen. Als drittes ziehen Sie MAN-Münzen von der Börse auf Ihre Wallet-Adresse ab. Danach entsperren Sie Ihr Partmoney und klicken Sie dann auf Co-Mining. Klicken Sie auf All Co-Mining. Als sechstes wählen Sie den Pool aus, der sich in der Mining-Phase befindet. Pools, die näher an 10 Millionen MANs liegen, bieten in der Regel die besten Belohnungen. Schritt Nummer 7. Wenn Sie einen Pool gefunden haben, klicken Sie auf Details. Wählen Sie keinen Pool, der bereits mehr als 10 Millionen Münzen hat. Klicken Sie dann auf Bergbau beitreten. Im neunten Schritt wählen Sie einen festen oder flexiblen Satz. Mindestens 2000 für einen festen und mindestens 100 für einen flexiblen. Im letzten Schritt, sobald Sie den Betrag, den Sie setzen möchten, eingegeben haben, klicken Sie auf Join Mining und schon sind Sie fertig. Ich hinterlasse in der Beschreibung einen Link zu einer detaillierten Anleitung, wie man ein MAN-Token einsetzt. Vor kurzem hat Matrix einen neuen Fahrplan veröffentlicht. Bereits im Oktober wird das Projekt mehr als 10 KI-Anwendungen vorstellen, die für die kommerzielle Nutzung auf der KI-Service-Plattform zur Verfügung stehen. Es wird eine Plattform für die Authentifizierung von NFT-Kunstobjekten, AIRT, sowie einen Marktplatz für NFT AIGO geben. Anfang nächsten Jahres wird der AIRT, Freihandelsmarktplatz, fertig sein. Datenauthentifizierung und NFT-Generierung im Filecoin-Hauptnetzwerk werden ebenfalls verfügbar sein. Freunde, nachdem ich das grüne Buch von Matrix studiert habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Projektteam der Sicherheit ihrer Daten große Aufmerksamkeit schenkt. Sie haben ein innovativer Sicherheitssystem, Hardware BioWallet, von Matrix AI Network entwickelt. Der Mechanismus selbst besteht aus einem NFC-Modul und einem Kapillarscanner für Ihre Finger. Auf dem Bildschirm sehen Sie eine Demonstration der Funktionsweise dieses Geräts. Wie ein Matrix-Mitarbeiter erklärte, ist der Fingerabdruckscanner auf Ihrem iPhone zehnmal unzuverlässiger, weil der Matrix-Scanner ihr Kapillarmuster liest, so dass es nicht möglich, ihn zu fälschen. Die Hard- und Software ist fertig und wird bald weltweit eingeführt, um die Geldbörsen aller Nutzer zu sichern. Die Wallet wird es den Verbrauchern ermöglichen, eine breite Palette von Krypto-Assets auf die derzeit sicherste Weise zu speichern, was das Matrix AI Network hervorgebracht hat. MANAS, eine verteilte KI-Service-Plattform, MANTA, eine automatisierte Plattform für maschinelles Lernen, MANART, eine Plattform zur Generierung und Authentifizierung von NFC-Vermögenswerten im Zusammenhang mit KI, MANITO, eine Service-Plattform für industrielle Netzwerke. Matrix ist in Partnerschaften mit Fernsehsendern eingegangen und hat eine Partnerschaft mit Chinas größten Kohleunternehmen, TBEA, unterzeichnet. Matrix beteiligt sich an dem massiven Infrastrukturprojekt One Belt, One Road. Nach Angaben chinesischer Beamter erstreckt sich One Belt and One Road über den größten Teil Eurasiens und verbindet Entwicklungsländer einschließlich Schwellenländer mit Industrieländern. Das Megaprojektgebiet ist reich an Ressourcen, beherbergt 63% der Weltbevölkerung und hat ein geschätztes Wirtschaftsvolumen von 21 Billionen US-Dollar. Ich erzähle Ihnen dies, damit Sie das Ausmaß des Matrix-Projekts verstehen können. Momentan beträgt die Marktkapitalisierung nur 13 Millionen Dollar und der Token ist 6 Cent wert. Es ist eine Chance, durch die Beteiligung an der Entwicklung eines Großprojekts ein Vermögen zu verdienen. Matrix ist wahrscheinlich das am meisten unterschätzte Blockchain-Projekt. Ich bitte Sie, sich den Ehrgeiz und die Arbeit, die das Matrix-Team bereits geleistet hat, genauer anzuschauen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch, meine liebe Freunde. Schreibt in die Kommentare, welches Potenzial dieses Projekt hat. Ciao, ciao!